Hallo, ich bin Robert Gerling, bin Ausbünder als technischer Produktdesigner bei der Firma Seefahrt. Ich bin im Drittlehrer und stelle heute meinen Arbeitsplatz vor. Dies ist ein CAD-Arbeitsplatz, wo wir im 3D mit dem Programm Siemens N612 arbeiten. Außerdem arbeiten wir hier mit dem Betriebsorganisationsprogramm Deosis. Dort haben wir alle Maschinen, die je gebaut haben, einmal aufgelistet und auch ganze Details und machen darin die AV. Hier sieht man zum Beispiel mein aktuelles Projekt. Das ist eine Schweiß- und Vorrichtung für Hubmasten. Ich bin mit meiner ganzen Ausbildung einmal hier die ganze Firma durchlaufen, alle wichtigen Abteilungen, von der Schweißerei über den Brennschneitzentrum, die mechanische Beartung bis zur Endmontage. Ich glaube alles Wichtige bei unseren Maschinen gelernt, die wir jeweils hier verbauen. Und ganz mit der Fertigung und Zusammenarbeiten bekomme ich immer ein Feedback, wie das gelaufen ist, was ich besser machen kann, was schlecht war und was auch gut war. So kann ich immer weiterentwickeln, was mir auch sehr wichtig ist.